Jo, was geht? Herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal, Leute. Ja, Leute, heute ist es mal wieder soweit für ein neues Video. Lange habe ich wieder auf mich warten lassen, aber ich habe mich nicht lumpen lassen und habe ein spezielles Video für euch parat. Heute gibt es nämlich mal ein neues Format auf meinem Kanal. Ja, Leute, es gibt auch noch neue Sachen auf meinem Kanal, nicht nur Reactions oder irgendwas. Ich habe mir überlegt, ich setze eure Kommentare aus dem letzten Video einfach mal um heute, Leute. Ja, ja, Double Time Rap ist am Start. Ich habe mir die 10 besten Kommentare, wollte ich gerade sagen, aber es waren ja bloß 10 Kommentare, rausgesucht und möchte diese heute umsetzen bzw. euch präsentieren. Denn es ging im letzten Video darum, dass ihr mir Vorschläge für Videoideen schicken sollt und dabei ist einiges Cooles zusammengekommen. Ich würde aber sagen, wir labern hier gar nicht lange drumherum. Wir fangen mit dem ersten Kommentar an. Technikfrosch schreibt, wie wäre es mit Twitch-Streamern mit null Zuschauern besuchen? Finden wir überhaupt Twitch-Streamer mit null Zuschauern? Na klar finden wir Twitch-Streamer mit null Zuschauern. So Leute, ich bin jetzt hier auf Twitch und ich werde jetzt mal gucken, wo ich am besten mal nach Leuten suchen kann. Ich denke, Just Chatting ist eine gute Kategorie und das scrolle ich einfach mal ganz runter. Okay, wir gehen auf Ina zwei Zuschauer und jetzt schreiben wir mal ein bisschen was rein. Was geht? Antwort halt auf meinen Kommentar. Gut Leute, lassen wir es einfach. Kein Bock mehr. Der nächste Kommentar kommt von DerRideBiker und er schreibt, mach mal eine Reaction, It's Misabel auf dem Song. Gut, so hier, Video. It's Misabel, HeyMoritz 2.0, offizielles Musikvideo. Und die nächsten Kommentare kommen von Landwirtmeister und Martin Martin. Martin Martin schreibt, mach mal wieder SimSom-Videos und Landwirt schreibt, Simme-Videos. Und Leute, da kann ich natürlich nicht Nein sagen. Oder doch? Seh selbst. Nein. 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 Nein, nein. Ich glaube es ist nicht so das Simmelwetter. Für das Drecks Video bin ich extra rausgegangen. Man muss nicht alles verstehen im Leben. und der nächste kommentar kommt von nikki und sie oder er oder das schreibt mach mal wieder reaction aber leute auf was soll ich denn wie acten wartet leute ich habe eine gute idee ok ok leute wir acten jetzt hier auf dieses video ok leise jo was geht herzlich willkommen zu einem neuen video auf meiner kanal leute heftiger typ auf jeden fall dieser live linus heißt er glaube ich der nächste kommentar ist von sirenenhirsch und er oder es oder was auch immer schreibt ja bitte macht reaction oder blogs ja reaction haben wir jetzt schon hinter uns deswegen würde ich sagen es ist erst mal zeit für einen kleinen genüssligen blog jo was geht herzlich willkommen zu einem neuen blog auf meinem kanal leute ja und heute habe ich was ganz besonderes für euch hier haben wir ihn als alter dynamo dresden fällen muss man natürlich auch einen dynamo kalender haben und heute ist türchen sechs und das packen wir mal aus und mal schauen nein wer hätte es gedacht wie in den letzten fünf tagen bekomme ich es raus erster bissen das war es dann auch schon wieder mit dem blog abonniert hier ich meine schaut mein neues video hier an die nächste idee ist von martin 738 und er schreibt ein tag in deinem leben wäre nice schreibt ulrich fänger auch noch mehr videos aus deinem leben ja hallo so der vorletzte kommentar dieses videos kommt von live linus und er schreibt bruder bitte omegle ausrufezeichen 2d und leute omegle muss natürlich sein ich habe so viele kommentare bekommen mit omegle das war jetzt aber der beste und dann muss es einfach auch in dieses video rein und dann muss es einfach auch in dieses video rein also leute das war jetzt schon ganz schön anstrengend ich weiß gar nicht wie ich euch diesen support in letzter zeit danken soll also ich muss echt sagen danke für diese krassen support und es ist einfach nur heftig was ihr aktuell abliefert und leute ihr seid einfach die krassesten ich weiß gar nicht was ich mit euch also ich ne ich habe echt keine wartet kurz ah hier kommt noch ein kommentar rein ja ach zerstörer wetzlich ja du schreibst was kommt zum punkt ja leute wenn euch dieses video gefallen hat und ihr mehr von solchen videos sehen wollt dann schreibt als erstes natürlich ideen die hier reinkommen in die kommentare und bewertet das video mit einem daumen nach oben ich habe mir gedacht ich mache heute mal ein bisschen was anderes so mäßig auf comedy ich weiß nicht ob es euch gefallen hat ich weiß auch nicht wie ich mich selber angestellt habe das werden wir ja sehen wie es rüber kommt auf jeden fall wenn ihr mehr davon sehen wollt zeigt mir mit einer bewertung und dann sehen wir uns beim nächsten video bitte hatet mich nicht zu krass falls euch das video nicht gefallen hat danke danke